Hallo und herzlich willkommen zur Akademie von Klein Marketing. Mein Name ist Thomas Klein und in diesem kurzen Video werden wir uns mal anschauen, wie wir uns optimal auf die Neukundengewinnung per Telefon vorbereiten können. Dann schießen wir doch gleich mal los mit dem ersten Slide hier. Vorbereitung nach Augenmaß. Ein unheimlich wichtiger Fakt, den wir uns unbedingt immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, wenn es um die Neukundenakquise geht, per Telefon insbesondere, ist, dass Kaltakquise Angst erzeugt. Ja, es ist einfach so, es ist einfach Fakt und das ist bei jedem so und das hat einfach auch tiefenpsychologische Gründe, ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht. Es ist einfach so, Punkt. Und warum? Weil wir Angst haben, Angst vor was? Vor Ablehnung. Ja, und warum wir ganz viel mit Ablehnung zu tun haben in der Kaltakquise, das ist relativ offensichtlich. Und warum haben wir so viel Angst vor Ablehnung oder warum ist es überhaupt ein Problem für uns, abgelehnt zu werden, weil einfach tief und in uns allen drinnen, ja, wollen wir alle eines und vor allem Anerkennung, ja. Anerkennung oder letztendlich mit einem kurzen Wort gesagt, wir wollen alle Liebe, ja. Ja, Zuneigung, Liebe, Anerkennung, ob das jetzt halt im Beruf ist oder, ja, Schulterklopfen oder in unserem Privatleben, es ist völlig wurscht, ja, oder Kinderelternbeziehung oder in unserem Bekanntenkreis, in unserer Gruppe, ja, deswegen sind auch häufig zum Beispiel Jugendliche, die einfach aus ihrem Elternhaus heraus nicht genügend Liebe empfangen, ja, die finden sich dann eben ganz typisch in einer Gang wieder, ja, oder in irgendwelchen Klicken, ja, wo sie eben diese Anerkennung, diese Liebe dann erhalten oder ein Substitut heraus. Das ist tiefenpsychologisch einfach der Hintergrund auch, warum das ganze Thema Kaltakquise so ein Thema ist auch, ja, und einfach jeder zögert und das einfach nicht will. Und jetzt insbesondere haben wir natürlich hier in der Kaltakquise und im Marketing nochmal eine ganz besondere Regel hier und das ist die 7-Kontakte-Regel, ja. 7-Kontakte-Regel ist erwiesenermaßen besagt, dass wir durchschnittlich 7 Kontakte benötigen, um einen letztendlich vom Erstkontakt, also von einem völlig neuen Kontakt, also wir haben noch nie mit dieser Person gesprochen, die kennt uns nicht, die weiß auch nichts über unsere Firma und wir kennen auch die Person nicht, bis hin zum, ja, zu unserem, zu unserer Conversion, ja, was auch immer wir erreichen wollen. Ob das jetzt per E-Mail ist oder per Telefonmarketing, bleibt sich jetzt in sich gleich. Diese Regel, ja, ist immer im Durchschnitt, ja, mehr oder weniger langfristig gesehen immer 7 Kontakte. Und das heißt, wenn wir das mal jetzt mathematisch betrachten, dass wir zu 14, nur zu 14 Prozent, ja, von 100, also wenn wir 100, ja, Versuche machen, einen Gespräch, einen Gesuchstermin zum Beispiel per Telefonakquise zu vereinbaren, dann haben wir einfach nur 14 Mal Erfolg, ja. Das ist einfach der Durchschnittswert, ganz einfach. Und andersrum gesagt, ja, haben wir halt 86 Mal keinen Erfolg und werden 86 Mal Folge dessen abgelehnt, ja. Und weil wir das instinktiv schon wissen oder auch schon diverse Erfahrungen gemacht haben, ist das eine riesige Hürde für uns. Und wenn wir jetzt noch mal zum Punkt zurückkommen, Vorbereitung. Also erfahrungsgemäß kommt man dann manchmal überhaupt gar nicht mehr in die Umsetzung, weil man sich eben so lange ewig vorbereitet und recherchiert ohne Ende. Und das hat letztendlich unterbewusst häufig der Grund, dass man sich eben davor drücken will. Ganz einfach, ja, man recherchiert und macht und tut und hat das Gefühl, man war super busy, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorgenommen hat, ich mache heute mal drei Stunden Kalterquise oder drei Stunden Telefonakquise und hat aber dann letztendlich in keinen einzigen Telefonat geführt, ja. Und es ist auch häufig so, dass man sich dann auch irgendwie verliert in dieser ganzen Recherche, ja. Und hier einfach mal drei wichtige Punkte, ja. Die, wenn man einfach, wenn du die befolgst, dass du da einfach, ja, relativ zügig zum, von der Vorbereitung her durchziehst, ja. Und dann einfach zum Zug kommst und in die Umsetzung kommst und einfach den Hörer in die Hand nimmst und loslegst. Und das wäre erstens die Ermittlung des Namen des Entscheiders, ja. Also, wenn du den Namen des Entscheiders nicht weißt, dann kann ich dir eins sagen, dann machst du dieses Leben nur unnötig schwer. Ja, also, wenn du das, also ich weiß noch, wie, ja, vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so, wie ich immer wieder auch Coaches getroffen habe, die in diversen Agenturen dann immer wieder gesagt haben, zum Beispiel, ja, frag dich einfach durch, ja, oder so. Aber das ist halt einfach schon ein riesiger Nachteil, ja. Wenn du nämlich den Namen vorher schon weißt, dann hast du vielleicht, ja, bei Faktor drei bis vier Mal häufiger Erfolg, ja. Und ich würde mal sagen, dass das eher von der Wichtigkeit her noch zunimmt, dass einfach immer weniger die Empfangsleute dazu bereit sind, dir irgendwelche Namen zu nennen, wenn du die nicht schon vorher weißt, ja. Und es suggeriert einfach, dass du eventuell dich auch ein bisschen schon drum gekümmert hast, ja, im Vorfeld und eventuell schon mal auch Kontakt hattest in der Vergangenheit, was ja niemand wirklich wissen kann, solange du auch nicht direkt danach gefragt wirst, ja. Hat auf jeden Fall einen psychologischen starken Vorteil. Der zweite Punkt ist, drei bis vier E-Mail-Vorlagen für den Follow-up immer parat liegen haben. Das heißt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du deine E-Mail-Vorlagen, also, dass du grundsätzlich irgendwelche Vorlagen halt einfach pauschalisiert immer benutzen sollst. Du sollst schon individualisieren, das ist ganz wichtig auch, ja, besonders wenn du ausführliche Gespräche hattest, dass du einfach auf das Gespräch nochmal kurz eingehst mit ein paar Sätzen. Aber so ein Grundgerüst von der Follow-up-E-Mail sollte eigentlich immer schon, oder von drei, vier, fünf verschiedenen Versionen, ja, solltest du immer parat haben, sodass du innerhalb von 20 Minuten, ganz wichtig eigentlich, nach der Beendigung deines Gesprächs, ja, diese E-Mail auch versendest. Warum? Weil jetzt kommt wieder das Gesetz des Interessens-Dekrescendos hier mit ins Spiel. Und das ist ganz einfach, unser menschliches Gehirn hat ja Langzeit-, Mittelzeit- und Kurzzeitgedächtnis. Und das Kurzzeitgedächtnis ist sehr kurz und besagt einfach, also das ist einfach wissenschaftlich erwiesen, dass ein Mensch nach 20 Minuten ungefähr die Hälfte von dem vergessen hat, was er jetzt mit dir gesprochen hat. Ja, ganz einfach. Und wenn du eben länger wie 20 Minuten wartest, dann hat er dich quasi zur Hälfte schon wieder vergessen, ja. Also, um möglichst schnell hier einfach die Follow-up-E-Mail zu schicken. Und der dritte Punkt ist, die fünf häufigsten Einwände, also es können auch sechs oder sieben sein, die fünf häufigsten Antworten auf die häufigsten Einwände, dass du die quasi dir so auswendig lernst, wie im Schlaf. Ja, warum? Weil du häufig in einer Kaltenquise unter Stresssituationen dich befindest, also auch wenn du es länger machst, dann wird die Stresssituation sozusagen dein Stresspegel in deinem System, also in deinem Körper und Geist immer weniger. Aber, und wenn du, wenn ein Mensch unter Stress steht, ja, in einer Stresssituation sich befindet, dann spult er eben nur das ab, was er wirklich sozusagen im Schlaf verinnerlicht hat. Und das ist eben der Hintergrund, warum du einfach die, weil es sind immer wieder die, zu 90 Prozent, in der Regel sind das immer die gleichen Einwände, ja. Besonders im Erstkontakt, ja, es ist immer das Gleiche. Und, ja, und dann bleibt mir nämlich nur zu sagen, dass du einfach, wenn du mehr von, ja, meinen Vertriebsstrategien einfach wissen willst, dann schau einfach mal bei mir bei der Akademie vorbei. Hier unten kannst du einfach, hier habe ich da so einen Link reingemacht und kannst du mal vorbeischauen, wie ich einen kleinen Kurs dort und kannst du einfach mal checken, ob dir das was taugt, ja. Und, ja, dann wünsche ich mir, wünsche ich dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und Tschüss. Dein Thomas Klein und Tschüss.